Ich bitte, dass man die Türen wieder zumacht. Dankeschön. Also ich sehe das als gutes Zeichen. Es gibt offenbar viel Gesprächsstoff und Gesprächsbedarf. Wir im zweiten Punkt unseres heutigen Nachmittagsprogramms beschäftigen wir uns mit dem globalen Süden. Dazu wird uns Karin Fischer etwas erzählen. Herzlich willkommen. Karin Fischer ist Leiterin der Abteilung für Politik und Entwicklungsforschung am Institut für Soziologie an der Johannes-Kepler-Universität hier in Linz. Sie ist auch Obfrau im Vorstand des Mattersburger Kreises für Entwicklungspolitik an den österreichischen Universitäten, ein Netzwerk kritischer Entwicklungsforscher und Forscherinnen. Sie ist auch Redaktionsmitglied beim Journal für Entwicklungspolitik und Mitherausgeberin der Buchreihe historischer Sozialkunde. Ihre Forschungsschwerpunkte sind neoliberale Transformation, Klassenbildung und ungleiche Entwicklung, der sie sich historisch wie auch unter einem transnationalen Blickwinkel nähert. Und in ihrer Dissertation habe ich nachgelesen, hat sie sich unter anderem mit der Transformation von Klassen in Chile beschäftigt. Und ich glaube, Chile ist ja auch ein besonders spannendes Land. Chile war ja in den 70er Jahren unter Pinochet das erste neoliberale Experimentierfeld der sogenannten Chicago Boys. Also insofern ein guter Staat oder ein interessantes Land auch unter dem Blickwinkel unseres heutigen Themas. In ihrem Vortrag wird es um Ungleichheit gehen, nämlich um die ungleiche Integration von Staaten. Und sie wird dabei wahrscheinlich der Frage nachgehen, welche Entwicklungsperspektiven der globale Süden angesichts einer globalen Arbeitsteilung, eben auch vorgegeben durch transnationale Konzerne und der damit verbundenen Spezialisierung überhaupt möglich ist und welche Rolle eben Konzerne dabei spielen. Und ich darf dich herzlich bitten, mit deinem Vortrag zu beginnen. Danke. Danke, Martina, für die nette Einführung. Ja, du hast es ganz zu Beginn angesprochen, Martina, das war deine Einleitung, dass wir mit dem Aufstieg des globalen Südens konfrontiert sind. Du hast die UNCTAD, die UN-Kommission für Handel und UNCTAD Trade and Development für Handel und Entwicklung erwähnt. Auch die OECD in seinem Headquarter in Paris spricht von einem Shift of Wealth, also von einer Verschiebung des Wohlstands und wohin in den Osten nach Südostasien. Auch die Wissenschaft erzählt uns, dass wir mit großen Verschiebungen, Transformationen konfrontiert sind, was sozusagen eine neue ökonomische Landkarte produziert, nämlich dass die USA beispielsweise 2007 zum ersten Mal mehr Industriegüter aus Ländern der sogenannten Dritten Welt, also aus Entwicklungsländern, importiert haben als aus Industrieländern. Und auch die Weltbank erzählt uns etwas über diesen neuen, neuartigen Aufstieg des globalen Südens, nämlich dass die Welthandelsanteile zwischen Süd-Süd stärker ansteigen als die von Süd-Nord oder Nord-Süd, also dass es eine verstärkte Kooperation unter Südländern gibt. Das ist nach Weltbank sozusagen verheißungsvoll ein neuer Wachstumsmotor für die Weltwirtschaft, diese gestärkte Süd-Süd-Kooperation. Und wir hören auch, vor allem aus Kreisen der Wirtschaft, also das Weltwirtschaftsforum in Davos hat das voriges Jahr lanciert, diese Debatte über die Entstehung neuer globaler Mittelschichten. Und wäre es gemeint, natürlich die neuen Mittelschichten in Südostasien. Und was da so mittönt, ich sehe schon ein skeptisches Kopfschütteln, was da so mittönt, ist natürlich die Erwartung, dass es anderswo, wo bei uns die Wirtschaft sozusagen stockt oder stagniert, dass anderswo kaufkräftige Nachfrage entsteht. Ich werde Ihnen heute in meinem Vortrag ein bisschen was erzählen über meine Sicht der Einbindung des globalen Südens in weltwirtschaftliche Zusammenhänge. Diesen Thesen, die ich da jetzt eingangs formuliert habe, ein bisschen auf den Grund gehen, sie auch hinterfragen, ist das wirklich so, wer steigt denn da auf? Also auch die Frage stellen nach dem, wer profitiert, also die Gretchenfrage, cui bono. Was erwartet Sie konkret? Ich habe mir überlegt, ich entführe Sie sozusagen an drei Orte in der Welt, also in drei Weltregionen der südlichen Hemisphäre, wo ich sozusagen dieser These des Aufstiegs des globalen Südens im Zusammenhang mit der Einbindung in die internationale Arbeitsteilung und in Verbindung mit Konzernstrategien nachgehe. Ich habe mir drei Sektoren ausgesucht, drei unterschiedliche Sektoren, Wirtschaftssektoren und drei unterschiedliche Regionen. Meine erste Station wird sein Dhaka in Bangladesch, wo ich Ihnen etwas erzählen werde über die Textilindustrie. Die zweite Station ist dann Fria in Guinea, da geht es dann um Bergbau. Und drittens und letztlich Huerta Norte in Costa Rica, wo ich mir dann an diesem Beispiel den landwirtschaftlichen Sektor anschaue. Und an diesen Stationen werde ich schon versuchen, ein paar Erkenntnisse und empirische Fakten hineinzuverweben. Und am Ende steht dann die Frage, womit haben wir es denn zu tun? Und ich werde denselben Begriff verwenden wie Christian Zeller vor mir, nämlich mit einer ungleich verbundenen Entwicklung und eben auch die Frage stellen, wer denn von diesen wirtschaftlichen Prozessen profitiert. Erste Station, Dhaka in Bangladesch. Vielleicht ist Ihnen dieser Ort ein Begriff. Es hat ja in der Hauptstadt oder in der Nähe der Hauptstadt von Bangladesch im April 2013 ein katastrophales Unglück stattgefunden, Rana Plaza. Unter diesem Namen ist es bekannt geworden. Das ist der Name des Gebäudes, in dem fünf Textilfabriken untergebracht waren und das zusammengestürzt ist. Also man wusste das auch schon vorher. Es gab baupolizeiliche Meldungen. Die Arbeiterinnen und Arbeiter wurden dann trotzdem an ihre Nähmaschinen gezwungen und das Gebäude ist zusammengekracht. Und es sind über tausend Leute gestorben und doppelt so viele zum Teil sehr schwer verletzt worden. Was sehen wir hier exemplarisch anhand der Textilindustrie in Dhaka? Also wir haben es hier mit einer tatsächlich global gestreuten Industrie zu tun, mit einer Verlagerung, die bereits Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre begonnen hat. Warum? Eine klare Reaktion auf die Profitkrise. Auch dieser Begriff ist schon gefallen im Vortrag von Christian Zeller. Eine klare Reaktion der Profitkrise in den Zentren. Das heißt, arbeitsintensive, eher schmutzige Industrien auszulagern in sogenannte Billiglohnländer. Und in der Textilindustrie war das sozusagen exemplarisch und zuallererst der Fall. Es ist auch eine globale Industrie, was den Anbau der Baumwolle betrifft. Also Sie kennen vielleicht diese Bilder von der Reise eines T-Shirts um die Welt. Also man kann sich das tatsächlich global vorstellen, dass die Baumwolle aus dem Senegal kommt oder aus dem Benin oder aus China oder Usbekistan, dann gesponnen wird in der Türkei oder in Pakistan und vernäht wird eben beispielsweise in Fabriken in Bangladesch, Kambodscha, Madagaskar, Mexiko, Vietnam oder auch in Chile. Entschuldigung, in China. Design und Marketing passiert meist in den Zentren der Weltwirtschaft, also in den Headquarters der Konzerne. Das gibt bereits einen Verweis darauf, wo Macht lokalisiert ist. Wichtig in dem Zusammenhang dieser Verlagerung von arbeitsintensiven Industrien ist allerdings die Tatsache, dass wir es mit starken Liberalisierungstendenzen zu tun haben seit den 80er Jahren, also mit einem entstehenden Freihandelsregime auf bilateraler und auf multilateraler Ebene, die solche Verlagerungen profitabel und überhaupt möglich machen. In Bangladesch haben wir beispielsweise fünf sogenannte freie Produktionszonen. Das sind extraterritoriale Gebiete. Die finden wir auch in lateinamerikanischen Ländern oder auch in China, wo sozusagen nationalstaatliche Regulierungen, insbesondere auch des Arbeitsschutzes, nicht gelten und besonders bevorzugte Bedingungen für die produzierenden Unternehmen dort existieren. Mittlerweile allerdings, also diese Einrichtung solcher freier Produktionszonen datiert auch schon in die 80er Jahre, im Übrigen anempfohlen von UN-Organisationen eben als arbeitsschaffende Einrichtung. Mittlerweile wurden ganze Länder bezüglich ihrer Regulierung zu freien Produktionszonen. In Bangladesch allerdings ist es so, dass sehr lange Zeit, ich komme noch darauf zurück, in den freien Produktionszonen beispielsweise Gewerkschaftsgründungen verboten waren, in Fabriken außerhalb dieser Zonen erlaubt waren. Was wird da so gemacht? Also das sind Unternehmen, die heißen zum Beispiel FS Sweater oder Universal Knitting und das sind Firmen, die wiederum, und da bin ich bei einer entscheidenden Weiterentwicklung dieser ersten Verlagerungswelle aus den 80er Jahren, die für sogenannte Kontraktfertiger arbeiten, also Contract Manufacturing, wie das genannt wird, die dann Li und Fung heißen oder Nim Sing oder Crystal Group und diese Kontraktfertiger wiederum liefern die Ware an Marken und Ketten, also an Dior, an Tommy Hilfinger, das sind konkret zwei Firmen, die in Bangladesch produzieren, oder eben an Textilketten wie H&M oder GAP. Und das Interessante ist, dass diese Kontraktfertiger selbst mittlerweile, und das wäre jetzt sozusagen eine erste Annäherung an den Begriff des Aufstiegs, diese Kontraktfertiger selbst zu transnationalen Unternehmen geworden sind. Das heißt, sie organisieren die gesamte Produktion entlang der Wertschöpfungskette, produzieren sozusagen nicht nur, sind nicht nur tätig im Zusammennähen und in diesen unteren oder niederen Abschnitten der Produktionskette, sondern organisieren mittlerweile die gesamte Kette und sind zum Teil selbst zu Marken geworden. Also wir haben mittlerweile riesige Kontraktfertigerfirmen, die selbst in Mexiko, Nicaragua, Lesotho und anderswo produzieren, produzieren lassen. Das sind vor allem Firmen aus China, Hongkong, Taiwan im Textilbereich. Ähnliches finden wir im IT-Bereich, wo auch noch Südkorea dazukommt. Vielleicht ist ein Lenovo ein Begriff. Also das ist ein typischer Kontraktfertiger, der mittlerweile in eigenem Namen produziert und vorher nur Zulieferer war, Andell oder Hewlett-Packard. Also da sind riesige transnationale Konzerne mit ihren Stammsitzen in Greater China sozusagen geworden, die sozusagen die gesamte Produktionskette inklusive Design, Marketing, Vertrieb etc. besorgen. Ich habe Ihnen eine Folie mitgebracht aus einem UNCTAD-Bericht, der sich speziell diesen grenzüberschreitenden, also das ist wichtig, also grenzüberschreitenden Produktionsnetzwerken in diesen Industrien widmet. Und Sie sehen hier, Garments, Footwear, Toys, dass fast die gesamte Produktion in sogenannten Entwicklungsländern stattfindet. Also das ist das Employment insgesamt, also die Beschäftigung insgesamt und ein Großteil findet im Bekleidungssektor in sogenannten Entwicklungsländern statt. Also Sie können ziemlich sicher davon ausgehen, dass das, was Sie tragen, aber auch Ihre Schuhe und auch Unterhaltungselektronik oder Haushaltselektronik von Kontraktfertigern in Südostasien mit ihren Produktionsstätten überall kommt. Interessant ist, wie gesagt, dass wir es hier tatsächlich mit einem globalen, wenn auch selektiv, und ich komme darauf zurück, mit einem globalen Produktionsnetzwerk zu tun haben, vor dem Hintergrund steigender Liberalisierung und Deregulierungsmaßnahmen. Ich habe nur zwei Beispiele jetzt mitgebracht für den Textilsektor, zum Beispiel Lesotho, da wurde eine Liberalisierungsinitiative von afrikanischen Staaten gestartet, AGOA, African Growth and Opportunity Act, der es eben ermöglicht, zollfreie Produkte in die USA, also fertige Produkte zu importieren. SINC, also dieser Kontraktfertiger, produziert dort seit Jahren und liefert sozusagen seine Ware zollfrei oder zollbegünstigt in die USA. Ein anderes Beispiel ist Jordanien, auch sehr interessant, was den Textilsektor betrifft. Dort wurde nämlich in der zweiten Hälfte der 90er Jahre im Rahmen der Osloer Friedensgespräche ein Abkommen zwischen USA, Israel und Jordanien getroffen, das auch spezielle Freihandelsregelungen umfasst, also mit einer besonders günstigen Ursprungsregel, und das ist sehr wichtig für den zollfreien oder zollbegünstigten Einfuhr von Waren. Und dort produzieren jetzt auch taiwanesische und chinesische Kontraktfertiger für den US-Markt Kleidung. Interessanterweise mit südostasiatischen Arbeitskräften, also aus Bangladesch, zum Teil Sri Lanka und China, die dorthin geflogen werden in diesen Quiz, wie das heißt, also Qualified Industrial Zones, nennen sie das in Jordanien, Textilbekleidung fertigen und dann wieder abgeflogen werden mit der Begründung, dass man da weniger Einarbeitungszeit hat und auf eine hinreichend ausgebildete und disziplinierte Arbeitskraft setzen kann. Diese Art der Produktion, und wie gesagt, Textil ist ein Beispiel, IT ein anderes, was wir da beobachten seit den 80er Jahren, sind Verlagerungswellen hin zu noch billigeren Produktionsstätten. Also China, beispielsweise die Küstenregionen von China sind für bestimmte Produktionen zu billig, das heißt, man geht ins Hinterland oder in Nachbarländer wie Kambodscha oder Vietnam. Was wir auch beobachten ist, dass die Beschäftigten dort sozusagen als Krisenpuffer fungieren. Wenn Sie beispielsweise nach Mexiko schauen, da gab es in den 90er Jahren eine unter Anführungszeichen prosperierende Region, La Laguna, das war sozusagen die Hauptregion für die weltweite Jeans-Produktion, als dann das Welttextilabkommen abgelaufen ist und die USA auch günstig oder in den USA beheimatete Firmen günstig in Südostasien produzieren lassen konnten, ohne große Ausgaben für Einfuhr etc. zu bezahlen, ist dort diese Region, also diese Jeans-Produktion de facto geschlossen worden oder großteils geschlossen worden, also von Boom zu Bast. Also da werden dann quasi über Nacht die Fabriken geschlossen. Was interessant ist dabei, gerade in der Textilindustrie, aber auch, das gilt auch für die IT-Industrie, haben wir es mit billiger Frauenarbeit zu tun, also das arbeiten zu 80 bis 90 Prozent Frauen. Und das, was man in La Laguna beobachtet hat, da gibt es sehr interessante Studien von Jennifer Baer und Gary Garafi, dass nach der Krise, nach einer Erholungsphase an den verbleibenden Nähmaschinen, also in den Firmen, die nicht geschlossen wurden, dann die Männer gesessen sind. Also bitte auch das sozusagen in Erinnerung zu behalten, dass wir es hier vor allem in diesen Branchen mit Frauenarbeit zu tun haben. Nächste Station, Bergbau. Das ist Frier. Ich habe mich für die Proxid-Mine dort entschieden. Guinea, ich könnte auch ganz andere Orte wählen, also zum Beispiel den Platinabbau in Südafrika oder die Schürfer in Peru oder Kolumbien in den Erzminen dort. Bergbau, ganz allgemein gesprochen, ist das ein hoch konzentrierter Sektor, weil sehr kapitalintensiv. Zugang zu Ressourcen ist elementar. Sicherung des Zugangs zu Ressourcen für die kapitalistische Produktionsweise überhaupt. Also ein essentieller Bereich der Wirtschaft. Stark vermachtet, hoch konzentriert. Im Bauxit-Sektor gab es bis in die 90er Jahre die sogenannten Six Sisters, also analog den Seven Sisters im Ölgeschäft, mit Firmen aus Frankreich, Kanada, den USA und der Schweiz, die untereinander auch sehr eng verflochten waren. In der zweiten Hälfte der 90er Jahre kam es dann zu einem Konzentrationsprozess, zu einem weiteren Konzentrationsprozess. Und derzeit sind wir eigentlich so mit vier großen Firmen im Aluminium- oder Bauxit-Sektor konfrontiert. Das ist Rio Tinto, das ist überhaupt der große Bergbau-Konzern weltweit. Ein australisch-britischer Konzern. Alcoa, Sittik, ein chinesischer Staatsbetrieb, ich komme darauf zurück. Und Rusal, ein russischer Betrieb oder ein Betrieb mit Stammsitz in der russischen Föderation. Also generell ist der Bergbau, das war jetzt das Beispiel Aluminium, eben hoch konzentriert. Wenn man das nochmal ein bisschen weiter aufmacht, dann ist man eigentlich bei ungefähr drei, vier Betrieben oder großen Konzernen, die den Bergbau-Sektor dominieren. Neben Rio Tinto kennen Sie wahrscheinlich auch BHP Billiton, auch ein australisch-britisches Unternehmen. Und unter den Top-Konzernen befindet sich mittlerweile auch die brasilianische Vale. Also nachdem Sie einen kanadischen Konzern geschluckt haben, nennen Sie sich Vale, vorher Valle de Rio Doce. Die Unternehmen in dem Sektor sind, wir hatten das schon im vorigen Vortrag angesprochen, die sind sozusagen nicht nur horizontal integriert, im Sinne von hoch konzentriert, sondern versuchen auch, die gesamte Produktionskette zu kontrollieren. Also Rio Tinto als Beispiel ist ein vertikal integrierter Konzern, der sozusagen vom Bagger, der hier fährt, bis hin zur Alu-Dose die Kette kontrolliert. Und wir haben es in diesem Sektor auch ganz stark selbstverständlich mit Finanzialisierung zu tun, also mit Mergers and Acquisitions, die eben darauf zielen, Marktmacht zu kaufen. Da geht es auch um Lizenzen in diesem Bereich. Wie passiert diese Bauxit-Produktion in Frier, in Guinea? Also Bauxit wird dort abgebaut, also prinzipiell passiert so, dass Bauxit abgebaut wird, dann raffiniert wird zu Tonerde. Interessanterweise passiert das nicht vor Ort, sondern die Tonerde wird nach Europa geführt, wird raffiniert in Irland zumeist oder in Spanien. Kommt dann wieder zurück nach Frier und wird dann dort in Aluminium schmelzend zu Primäraluminium sehr energieaufwendig verarbeitet. Was dann rauskommt, dieses Primäraluminium wird wieder exportiert, weil die Weiterverarbeitung wiederum anderswo stattfindet und nicht vor Ort. Also eine integrierte Aluminium-Produktion vor Ort aufzubauen, war schon öfters das Ziel. Und das gilt jetzt nicht nur für Guinea, sondern auch für viele andere afrikanische Länder, die gerade nach der erfolgreich erkämpften Unabhängigkeit der Dekolonialisierung oftmals auch unter progressiven Entwicklungsregimen versucht haben, eine eigenständige industrielle Basis aufzubauen. In Guinea und vielen anderen Ländern ist das nicht geglückt. Und wir können dann uns gerne noch darüber unterhalten, warum und wieso. Was an Frier vielleicht noch interessant ist oder erzählenswert ist, ist, dass hier Rusal, also dieser russische Konzern, eingestiegen ist im Jahr 2000. Rusal selber eine, glaube ich, politisch hochbrisante Geschichte. Ich erinnere mich dunkel daran, dass das auch in den Medien war, weil da auch Journalisten zu Tode gekommen sind bei einer Fusion von zwei ehemals staatlichen, also sowjetischen Firmen. Der Ribaska, Oleg der Ribaska, dieser russische Oligarch, ist der Zweidrittel-Eigentümer von Rusal, der dann, wie gesagt, im Jahr 2000 diese Mine, die Bauxit-Mine in Guinea gekauft hat, restrukturiert hat, eher klassisch, was wir kennen aus transnationalen Konzernen, also mit einem Kranz fix Beschäftigter im Kernbereich und danach sozusagen so Grenze von deregulierter Beschäftigung rundherum. Das hat schon einige Proteste, Streiks und Arbeitskämpfe ausgelöst. Rusal hat dann 2012 überhaupt die Produktion vor Ort eingestellt, und zwar als Reaktion auf andauernde Streiks, weil Löhne nicht ausbezahlt wurden beziehungsweise die Mindestlohnregelung nicht eingehalten wurde. Also 2012 wurde dort die Produktion stillgelegt. Und damit ging sozusagen in Frier, in dieser Bauxit-Stadt, quasi das Licht aus, weil die Stromversorgung, aber auch die Wasserversorgung über die Industrieanlagen, über die Bergbauanlagen gespeist wurde, was eine enorme soziale Krise auch ausgelöst hat. Also ich habe hier Johannes Knirzinger erwähnt, der die Fotos gemacht hat, ein Dissertant, der seine Dissertation über den Bauxit-Abbau in Gneer geschrieben hat und auch vor Ort war und dann zurückgekommen ist und gemeint hat, also das war gerade diese Ebola-Krise, dass die Menschen dort tatsächlich also Versorgungsschwierigkeiten haben, keinen Zugang haben mehr zu Trinkwasser, eine menschliche Katastrophe ausgelöst hat. Aktuell ist es so, dass die Produktionsstätten stillgelegt sind, allerdings die Arbeiter nicht entlassen wurden, aber auch keine Lohnfortzahlung kriegen und der Zustand sozusagen dort immer noch rechtlich auch in der Schwebe ist, wie es dort weitergeht. Grundsätzlich haben wir im Bergbaubereich viele halbstaatliche, staatliche Unternehmen plus private Konzerne und was wir da beobachten, weltweit sind natürlich Auseinandersetzungen, Kämpfe um oder Auseinandersetzungen um Kontrolle, Besteuerung, Royalties, also gerade während des Rohstoffbooms, der wieder zu Ende ist, gab es einige Initiativen von afrikanischen Staaten, die Lizenzen, Abbaugenehmigungen neu zu verhandeln, mit, muss man fürs erste Resümieren sagen, eher eingeschränkten Erfolg. Ich komme auch nochmal zurück auf den Aspekt der Finanzialisierung. Ohne diesen können wir Konzernstrategien im Bergbausektor nicht denken. Also es geht dann, wenn wir an Finanzialisierung denken, weniger, das ist, ich habe das als Sekundärliteratur, aber das wird so beschrieben, dass sozusagen diese Konzerne weniger bedacht sind auf konkrete Investitionen, Investitionen, also neue Erschließungen, sondern tatsächlich mehr in Richtung Merger und Acquisitions, also Fusionen und Übernahmen geben, um eben Lizenzen zu erwerben auf diesem Weg. Und wir wissen auch, dass der Bergbausektor selbst hoch spekulativ ist, also dass das mit Rohstoffen spekuliert wird, dass Rohstoffe als Finanzanlage dienen und dass diese Aspekte an Bedeutung zugenommen haben. Letzte Station unserer Reise, die Ananasproduktion in Costa Rica und damit bin ich dann beim landwirtschaftlichen Sektor angelangt. Ich habe mir diesen Ort ausgewählt, weil ich erfahren habe, dass Südwind Oberösterreich einen Gewerkschafter einlädt, zwar nicht aus Costa Rica, aber aus Ecuador, von einer Bananengewerkschaft, der noch im Juni hier auftreten wird. Und deswegen habe ich mir gedacht, das ist vielleicht ganz gut als Vorbereitung oder als Einstimmung, hier in diesen Sektor hineinzuschauen. Womit sind wir hier konfrontiert? Generell im landwirtschaftlichen Sektor, Exportsektor, was ist zentral? Zum einen Monokultur und die Exportorientierung. Und beides liegt, genauso wie die Verlagerung in den späten 70er und 80er Jahren aus der Krisensituation in Europa und den USA heraus, liegt daran, dass das der Zeitpunkt war sozusagen, wo wir mit einer entwicklungsstrategischen Wende zu tun haben, wo die Länder wieder massiv geöffnet wurden, also die Länder der dritten Welt, die Entwicklungsländer, für weltmarktbezogene Austauschbeziehungen, also für eine Integration in weltwirtschaftliche Zusammenhänge, eine Exportorientierung innen aufoktroyiert wurde und natürlich auch eine Öffnung für Importe. Also diese große Welle der Liberalisierung der Welthandelsbeziehungen und der Deregulierung im Inneren, plus natürlich die Deregulierung der Finanzmärkte. Also in dieser Zeit sozusagen erleben wir wieder die verstärkte Ausrichtung auf Export- und Exportmonokulturen. Während wir in den vergangenen, in den vorgehenden Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg auch in vielen Entwicklungsländern oder Ländern des globalen Südens eine eher binnenorientierte Entwicklung gehabt haben. Plantagenwirtschaft, sei es mit Sklavenarbeit oder mit Lohnarbeit, kennt die Region seit der Kolonialisierung. Das ist sozusagen nichts Neues, aber wird heutzutage sozusagen vom Agro-Business bewerkstelligt. Costa Rica deckt 66 Prozent der gesamten internationalen Nachfrage nach Ananas ab und interessanterweise ist die Ananas, die wir hier konsumieren oder im Supermarkt kaufen, in den letzten zehn Jahren um 45 Prozent billiger geworden für uns, obwohl die Inputs, also Pestizide, Düngemittel etc., die Preise dafür angehoben wurden. Was heißt das? Dass es einen enormen Preisdruck auf die Produzenten und Produzentinnen gibt und auf die Arbeiterinnen und Arbeiter. Der Gewerkschafter, der hier in Linz im Juni dann zu Gast sein wird, wird sicherlich einiges zu erzählen haben über die Arbeitsbedingungen auf diesen Plantagen. Also was wir konkret wissen, Oxfam Deutschland hat vor kurzem einen Bericht genau darüber veröffentlicht, über Bananenproduktion in Ecuador und Ananasproduktion in Costa Rica, dass es massive Repressionen gegen gewerkschaftliche Organisationen gibt, dass gewerkschaftliche Aktivisten und Aktivistinnen verhaftet werden, dass es massive Umweltschäden gibt durch den Pestizideinsatz mit Grundwasserversorgung. Also die Orte hier in Huerta Norte müssen zum Teil mit Tankwegen versorgt werden, obwohl ein extrem giftiges Pestizid, das mittlerweile verboten ist, Bromazil und von Del Monte eingesetzt wurde, aber angeblich eben seit 2008 nicht mehr verwendet wird, weil das immer noch im Grundwasser nachweisbar ist. Dieser Oxfam-Bericht versucht, die Lieferkette zu rekonstruieren. Das ist gar nicht so einfach, in keinem Fall einfach, weil das sozusagen geheim gehalten wird. Ich nehme an, Christian, du hast auch einige Probleme bei den Untersuchungen zur Pharmaindustrie. Das ist sozusagen das Dirty Little Secret dieser Güterkettenforschung, dass man da ganz schwer nur an Informationen herankommt und auch hier legen die beteiligten Unternehmen ihre Lieferkette nicht offen. Ich glaube, Aldi, Hofer war der einzige Supermarkt, wo man anhand des Etiketts nachvollziehen kann, welche Produzenten involviert waren. Wenn ich die Studie richtig gelesen habe, sie ist im Internet zum Download. Was hat dieser landwirtschaftliche Sektor generell, global gesehen, an grundlegenden Merkmalen? Er ist weniger konzentriert, als das, was ich Ihnen über den Bergbausektor erzählt habe. Also es gibt viele kleine Produzenten, Produzentinnen. Wir haben es aber auch hier mit Contract Farming zu tun, also mit Vertragslandwirtschaft, also wo große Konzerne mit einzelnen Produzenten direkt Verträge abschließen, beziehungsweise mit Mittelsmännern oder Firmen dazwischen gestaltet. Also Nestle beispielsweise arbeitet in 80 Ländern mit ungefähr 600.000 Kontraktbauern. Paprika aus Sambia werden in dieser vertragslandwirtschaftlichen Produktionsweise produziert. Baumwolle in Vietnam, Blumen in Honduras, Schnittblumen in Kenia etc. Wir haben auch weniger Konzentration, was den Einzelhandel betrifft. Und die Supermarktketten sind ähnlich wie im Textilsektor auch im landwirtschaftlichen Bereich enorm mächtige Akteure. Also immer mächtiger werdende Akteure, die bestimmen, in welcher Qualität, in welcher Menge etc. die Produkte in den Supermarktregalen zu landen haben. Also mit dem Fokus auf Vereinfachung, also wenige Sorten und Standardisierung. Also auch hier die Marke sozusagen als finanzialisiertes Gut ganz, ganz wichtig ist. Wie gesagt, ein weniger konzentriertes Feld, wie wohl Walmart, der größte Einzelhändler der Welt, für glaube ich so über 2,1, 2,2 Prozent weltweit an Anteil. Aber es gibt sozusagen selbstverständlich in diesem Bereich sehr stark regionalisierte Strukturen. Was Lateinamerika betrifft, da kenne ich mich ein bisschen aus, da sind die Mexikaner sehr stark in der Nahrungsmittelindustrie und bei den Supermarktketten vom Süden sozusagen kommen. Die Chilenen, auch in Asien gibt es natürlich eigene Ketten. Aber dennoch bleibt sozusagen wichtig festzustellen, dass wir es hier mit großer Marktmacht dieser Supermarktketten zu tun haben. In der Mitte, also wenn es um Saatgut geht, um Pestizide, um Futtermittel, wenn man jetzt zum landwirtschaftlichen Bereich auch die Viehzucht dazu zählt oder die Aquakultur, in der Nahrungsmittelindustrie, aber auch im Großhandel, da haben wir es mit massiver Konzentration zu tun. Und zwar wiederum, wie ich zuerst beschrieben habe, vertikal und horizontal. Also ich zeige Ihnen diese schöne Grafik, die sich in der Broschüre findet, Agropoli. Also da wurden die, Monsanto sehen Sie hier, die Saatgut- und Düngemittelkonzerne, die vier größten, das kann man nicht so wahnsinnig gut lesen, Monsanto hier als der Größte, Bayer ist hier noch als Viertgrößter eingezeichnet und Sie haben vielleicht aus den Medien ja erfahren, dass gerade Übernahmeverhandlungen laufen von Bayer an Monsanto. Ups, Entschuldigung. Und hier, also Sie sehen diese Verflechtungen, Syngenta wurde übrigens von ChemChina aufgekauft, jüngst 2016, also von einem chinesischen Düngemittel- und Chemiekonzern. Das war mal hier sozusagen, das ist ein schweizerisches Unternehmen. Aber Sie sehen hier sozusagen die Verflechtung, den Aufkauf, also die Verbindung zu kleineren Firmen und auch die Verflechtung untereinander grafisch dargestellt. Also wie gesagt, in der Mitte, dort wo es um Saatgut geht, enorm wichtig natürlich, Pestizide, Futtermittel, den Großhandel, dort haben wir eine vertikale Integration, wiederum mit dem Ziel, die gesamte Wertschöpfungskette zu kontrollieren. Was gehört zu dieser Wertschöpfungskette? Sie können es sich wahrscheinlich vorstellen, vom Saatgut, vom Anbau bis hin zu den Maschinen, die eingesetzt werden auf den Feldern oder Plantagen, Handel, Transport, Werbung, Forschung, Vermarktung etc. Und auch hier, wie gesagt, die Finanzialisierung immer mitdenken. Cargill zum Beispiel, das ist der weltgrößte Agrarhandelskonzern, hat selbst zwei Hedgefonds und ist auch durch Lebensmittelspekulation in Erscheinung getreten. Und wir haben ja alle erlebt, dass die Lebensmittelpreise 2007, 2008 nicht zuletzt durch Spekulation enorm gestiegen sind, mit entsprechenden sozialen Auswirkungen in großen Teilen des globalen Südens. Was können wir daraus schließen? Ich komme zu einem ersten Resümee. Ich verwende auch den Begriff der ungleich verbundenen Entwicklung. Was wir sehen und diese Schlussfolgerungen betreffen jetzt vor allem oder zunächst einmal die Industrieproduktion, dass wir es mit einer selektiven Integration von Produktionsstätten, Regionen, Städten, in Entwicklungs- und Schwellenländern zu tun haben. Also es geht nicht um den Aufstieg des globalen Südens, sondern um eine sehr selektive Einbeziehung in weltwirtschaftliche Zusammenhänge, in die Profitstrategien von Konzernen. Wenn wir daran denken, dass die Konsumgüter des alltäglichen Gebrauchs mittlerweile großteils in Ländern der dritten Welt oder ausgewählten Ländern der dritten Welt hergestellt werden, dann haben wir so das Bild, dass dort Industrialisierungsprozesse abgelaufen sind oder etwas wie eine erfolgreiche Industrialisierung auf den Weg gekommen ist. Das ist ein völlig falscher Eindruck und das klingt vielleicht paradox, weil es genau dem widerspricht, was so unsere Alltagsmeinung vielleicht ist. Wir haben es in großen Teilen der dritten Welt, in den allergrößten Teilen der dritten Welt, mit Deindustrialisierungsprozessen zu tun. Das heißt, es geht wirklich sehr selektiv um einzelne Orte, die hier einbezogen sind, aber großflächig haben wir es mit Deindustrialisierung zu tun, verstärkt seit den 1980er Jahren in Zusammenhang mit diesen Deregulierungs- und Liberalisierungsprozessen, die stattgefunden haben. Dritter wichtiger Punkt, ich habe das eingedeutet mit Boom und Bast in La Laguna und das können wir an vielen Orten nachvollziehen, dass diese Standortbedingungen für globale Industrien und wie gesagt, nicht alle Industrien gehen, goes global oder transnational, aber die, die ich jetzt erwähnt habe, Textil-IT sehr wohl oder Spielzeug oder Sportbekleidung, Schuhe etc., haben wir es mit sehr dynamischen Standortbedingungen und flüchtigen Arbeitsplätzen zu tun. In diesen Bereichen, in diesen Sektoren ist tatsächlich eine Verlagerung relativ leicht möglich und diese Wellen sozusagen in immer billigere Gegenden mit einer hinreichend disziplinierten und ausgebildeten Arbeitskraft ist ganz klar nachzuzeichnen. Wenn es um Macht, Einfluss und Kontrolle geht, dann denke ich, ist es nach wie vor wichtig zu sehen, dass Produktionsstätten im globalen Süden, die ich hier erwähnt habe, mehrheitlich am unteren Ende, also in der Fertigung, in der Lohnfertigung, angesiedelt sind. Es gibt Ausnahmen. Natürlich erwerben Regionen und die dort arbeitenden Menschen bestimmte Qualifikationen, sammeln Wissen an. Gewisse Standortentscheidungen folgen auch diesen technologischen Aufwertungsprozessen, wie der Beispiel Mexiko, wo nach den Platzen der IT-Blase damals auch die IT-Industrie dort zusammengebrochen ist. Nach einer Krisenphase sind dort wieder Betriebe entstanden, die in bestimmte Nischen hineingegangen sind. Also das war dann nicht mehr die Massenproduktion IT für IBM, sondern beispielsweise Alarmanlagen oder spezielle technische Ausrüstungen für den Fischfang. Also wo man ganz sieht, dass hier technologische Aufwertungsprozesse stattgefunden haben. Aber wie gesagt, das sind Ausnahmen. Und was wir auch beobachten, das habe ich auch hingeschrieben, ist, dass wir in Südostasien auch Aufwertungsprozesse erleben. Also es wird dort nicht mehr nur gefinisht in der Textilindustrie, sondern wie ich beschrieben habe, ganze integrierte Produktionsprozesse organisiert. Wenn ich ein bisschen nachdenke, fallen mir vielleicht auch noch andere Bereiche ein. Also gerade was Forschung und Entwicklung betrifft, auch hier gibt es mittlerweile Berichte darüber, dass Forschungsstätten in Indien oder eben auch in Südostasien durchaus auch von Westkonzernen angesiedelt werden. Das heißt, dort auch mit einem entsprechend qualifizierten Personal arbeiten. Dennoch stelle ich mal fest, wie das auch der Wirtschaftshistoriker Fernand Brodell schon formuliert hat, dass es im Kapitalismus so ist, dass es unten und unten ist hier unter den Arbeitenden Konkurrenz gibt, dass man die Arbeitenden oder auch die Supplier, die Zulieferer auf der dritten oder zweiten Ebene gut gegeneinander ausspielen kann und dass oben, also je weiter man hinaufkommt sozusagen, desto vermachteter sind kapitalistische Strukturen und das beobachten wir auch in dieser, von mir in diesen drei Sektoren beschriebenen Konzernwelt. Mehrheitlich, und ich betone wieder, dass wir hier mit Ausnahmen mittlerweile für Greater China, also China, Taiwan, Hongkong konfrontiert sind, aber generell behalten in aller Regel Westkonzerne die höherwertigen Tätigkeiten für sich, wiederum gedacht für die Textilindustrie, aber auch für IT, dass die Tätigkeiten, die tatsächlich Profit bringen, mit einem höheren Wertschöpfungsanteil, dass die in den Zentren verbleiben. Und wichtig ist hier auch, dass die Kontrolle über Rohstoffe, also wie gesagt eine elementare Sache, in den Zentren ist. Also hier haben wir kaum Südkonzerne, wenn wir so wollen. Wobei, stimmt nicht ganz, also es gibt mittlerweile chinesische Konzerne, die sehr stark in der Rohstoffausbeutung in Afrika beispielsweise präsent sind. Also China hat eine nationale Energiesicherungsstrategie. Da geht es ganz klar darum, Energieressourcen sicherzustellen. Also auch hier haben wir Ausnahmen, was die südostasiatische Region oder konkret China betrifft. Aber, und das ist mir ganz wesentlich zu sagen, es ändert sich global gesehen an den Machtverhältnissen nichts, was Nord-Süd betrifft oder nur sehr wenig. Und auch, wenn man sich beispielsweise anschaut, wie China, aber auch Indien in Afrika oder Lateinamerika agieren. Also hier geht es, wie zuerst angesprochen, in erster Linie um Rohstoffsicherung und nicht um fairere oder gleichere Austauschbeziehungen. Also das Muster von China in Afrika folgt eigentlich einer neokolonialen Arbeitsteilung. Ressourcen herausbringen und Fertiggüter hinliefern. Also das hat nichts mit einem egalitäreren Süd-Süd-Handel zu tun. Und ich würde das eben auch, wenn wir uns diese aufsteigenden Schwellenländer in der Weltwirtschaft anschauen, von einer neokolonialen Arbeitsteilung mit der Peripherie sprechen. Und hier noch einmal der mir sehr wichtige Punkt, wie wohl wir diese Auslagerungstendenzen in einigen Industrien haben, ist die Peripherie oder sind die Entwicklungsländer der globale Süden nach wie vor die Lieferantin von Rohstoffen? Man kann von verhinderter Industrialisierung sprechen, wenn wir das historisch anschauen, durch Kolonialismus, Imperialismus oder auch einer vorzeitigen Deindustrialisierung, dass Anstrengungen, eine eigenständige Industriestruktur, geschlossene Kreisläufe aufzubauen, auch ganz bewusst verhindert wurden von den Zentrumsländern in den letzten Dekaden. Ich komme zum Ende. Wenn wir über Konzernstrategien sprechen, dann denke ich, müssen wir auch über Gegenmacht reden. Es geht hier um Macht, um Prozesse, um Machtverhältnisse. Das heißt, es wird gerungen um etwas. Und deswegen denke ich, ist es wichtig zum Abschluss auch noch einmal zu zeigen, genau an diesen drei Orten, die ich Ihnen vorgestellt habe, dass es dort auch soziale Kämpfe gibt und Widerstand gibt. Also das erste Foto ist aus Dakar, ein Protestmarsch der Textilarbeiterinnen. Und wir können gerne dann in der Diskussion auch noch über Widerstand und Gegenmaßnahmen reden. Aber konkret dort ist ziemlich schnell nach diesem Einsturz des Gebäudes mit diesen katastrophalen Folgen eine Regelung auf den Weg gebracht worden, dass Gebäudesicherheit vorsieht und entsprechende Kontrollen. Kann man kritisch sehen. Also das läuft sozusagen unter Private Standards. Also das sind so Multi-Stakeholder-Abkommen, die geschlossen wurden. Aber immerhin, also es sind die lokalen Gewerkschaften beteiligt, die ILO, also die Internationale Arbeitsorganisation, die eben die dort tätigen Firmen verpflichtet, auf Gebäudesicherheit zu achten, mit Überprüfungen. Ja, aber wichtig ist hier zu zeigen, dass es da auch Arbeitskämpfe gibt, um höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Das zweite Bild ist aus Fria mit diesem umgestürzten Lastwagen. Auch dort, ich habe es gesagt, gibt es massive Proteste. Die Firma von Rosal hat die Produktion stillgelegt. Allerdings wird dort heftig protestiert, beispielsweise um Social Housing, also um Zugang zu sozialem Wohnbau, eine intakte Wasserversorgung. Es wurden jüngst, habe ich gelesen, durchgesetzt Lohnerhöhungen für Gesundheitsarbeiterinnen und Lehrer und Lehrerinnen. Also auch dort sind soziale Kämpfe im Gange für eine Verbesserung der Lebensverhältnisse. Und ganz unten haben wir ein Bild aus einer Ananasplantage, wer das vielleicht kennt und mich überführt. Es ist nicht Costa Rica, es ist Nicaragua, aber es passt so gut, mit einer Demonstration gegen den Einsatz von Pestiziden und Giftmitteln. Und auch hier werden wir dann vielleicht oder einige von Ihnen im Gespräch mit dem Gewerkschaftsaktivisten hören, wie dort Arbeitskämpfe verlaufen. Ich bin am Ende, das ist meine letzte Folie. Ich bin ganz froh, dass Christian Zeller David Harvey eingebracht hat und dieses Konzept der Landnahme eingeführt hat. Also dass kapitalistische Entwicklung es notwendig macht, sozusagen in nicht kapitalistische Milieus vorzudringen und diese in Wert zu setzen, zu ko-modifizieren. Ich teile diese Sichtweise total, also mit Bezug auf Rosa Luxemburg. Die Verwertung von nicht kapitalistischen Milieus, geografisch, sozial, sektorspezifisch, ist eine ganz wichtige Sache. Und jetzt traue ich mich umso mehr, auf diesen Punkt zu fokussieren, nämlich darauf hinzuweisen, dass wir es mit einem Grundkonflikt zwischen Arbeit und Kapital zu tun haben. Und zwar an jedem konkreten Ort in so einer Wertschöpfungskette oder Warnkette und aber auch in globaler Sicht. Und wenn ich diese globale Sicht mir zu eigen mache, dann möchte ich die These formulieren, dass wir es sehr wohl mit einer Überausbeutung südlicher Arbeitskraft zu tun haben. Gleichzeitig aber sage, dass der Kampf um höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen an jedem Ort zu führen ist, aber auch in globaler Perspektive. Will heißen, höhere Löhne hier schaden niemandem im globalen Süden. Das heißt, es geht um einen gemeinsamen Kampf um bessere Arbeitsbedingungen. Und damit möchte ich es für das Erste schließen und in die Diskussion gehen. Danke.